Höchste Zeit für eine neue Sonderfolge hier beim Bildbesprechung Samstag. Heute geht es um das Thema Langzeitbelichtung bei TARG. Ja, viele von euch erinnern sich, ich habe dazu auch schon mal ein Video-Tutorial hier auf dem Kanal gepostet. Das Thema Langzeitbelichtung bei TARG ist ein spannendes Thema. Also der Einsatz von dunklen Graufiltern, die viel Licht blocken, um zu langen Belichtungszeiten tagsüber zu kommen. Dazu habt ihr mir Bilder geschickt, die schauen wir uns heute gemeinsam an. Wer sich mit dem Thema Fotografie mehr beschäftigen möchte, der abonniert hier unter Beste Fotoschule von Welt den Kanal. Und vor allem klickt doch mal hier unten auf den Link, der hier eingeblendet ist. Da findet ihr unsere Fotokurse, Fotoworship und auch Fotoreisen. Wir machen das in 25 deutschen Städten und wir reisen auch sehr viel. Es lohnt sich immer mal dann einen Blick drauf zu werfen. Und das ist auch in deiner Nähe und auch genau zu dem, was du machen möchtest, bestimmt das Passende dabei. Jetzt schauen wir uns die Langzeitbelichtung bei TARG, die ihr eingesandt habt, für heute an. Und ich freue mich, wenn wir uns am Ende des Videos nochmal kurz wiedersehen. So, meine Lieben, und schon geht es wieder los mit der Bildbesprechung und zwar mit dem ersten Foto für heute. Das ist von dem Viktor Parnowski. Und der Viktor, der hat hier ganz offensichtlich ein Bild aus einer Olympus geschickt, das im Live-Composite aufgenommen wurde. Woran erkenne ich das? Na ja, aus dem einfachen Grund. Erstens ist es schwierig, so lange Belichtungszeiten bei TARG überhaupt zu realisieren. Denn dazu bräuchte man mehrere Graufilter, dann wäre aber jetzt wahrscheinlich die weiße Spur dieses Ausflugbootes auch gar nicht so hell. Und zweitens sieht man in den weißen Spuren so Unterbrechungen. Und das ist die Auslesezeit, die im Live-Composite zwischen den einzelnen Frames erfolgt. Und daran erkennt man das ganz deutlich. Kommt hinzu auch noch, dort am rechten Bildrand an der Uferpromenade ist auch noch jemand in weißen Turnschuhen und mit einem weißen Oberteil vorbeigelaufen. Auch daran kann man das sehr gut erkennen, denn diese Spuren sind auch sehr unterbrochen durch den Ausleseprozess. Tiefe hat das Bild, jede Menge. Ich finde es sogar ganz gut, dass das Boot nicht direkt aus der Ecke rausfährt, sondern da die Belichtung quasi erst anfängt. Ansonsten ist es aber ein relativ unspektakuläres Motiv. Und man sieht, dass es nachträglich ausgerichtet wurde. Das linke Hochhaus, das wirkt so ein bisschen, ja, so ein bisschen verzerrt irgendwie. Auch so ein bisschen schräg stehend. Ich glaube, es sind einen Ticken zu weit auseinandergezogen worden. Und da hätte man noch ein bisschen sauberer arbeiten können, belichtungsmäßig. Ist aber ein gut gemachtes Foto. Dieses Foto hier ist von dem Alfons Nieberg. Das ist hier auch mit reingeraten, offensichtlich, weil diejenige, die hier mir die Bilder sortiert, gesagt hat, okay, das sieht mit einer Langzeitbelichtung aus. Das ist auch eine relative Langzeitbelichtung. So wie es aussieht, ist es ein klassisches Verwischerbild, was, wie soll ich sagen, aus der Hand fotografiert wurde wahrscheinlich. Und dann wurde während einer relativ langen Belichtungszeit die Kamera geschwenkt oder hoch und runter gewackelt quasi. Dazu ist das Bild auch noch stark überbelichtet. Das ist ein Stil, der wirklich insgesamt ganz schön ist. Hier auch relativ surreal. Und trotzdem glaubt man, erkennen zu können, dass es sich um Segelboote handelt. Wenn es keine sind, ist es noch geiler. Aber es sind sehr, sehr wahrscheinlich Segelschiffe irgendwo am Hafen. Schön gemachtes Foto. Hier ein Bild, das ist eine klassische Langzeitbelichtung bei Tag von Wasser. Also schön irgendwie hier die Brandung aufgezeichnet und gleichzeitig so einen Ruhepunkt gesetzt durch den Stein. Das ist auch an einer guten Stelle, auf dem unteren rechten Drittel, das ist eine gute Stelle dafür. Ich hätte, glaube ich, entweder ein bisschen mehr oben drauf genommen oder noch enger geschnitten, weil diese oben angeschnittene Welle, wo wir gerade noch so drüber gucken, die müsste meiner Meinung nach nicht sein. Ansonsten harmoniert die relativ dunkle rechte untere Ecke gut mit den oberen dunklen Bereichen. Also schön, die Glanzpunkte auf dem Stein sind sehr schön. Aber es fehlt dem Bild so ein bisschen an Tiefe, weil die Aufnahmeposition so ein bisschen stark von oben runter ist und da hätte man bestimmt noch deutlich mehr rausholen können. Im Zweifel legt euch eure Steine selber da rein, dann bekommt ihr mehr Tiefenstaffelung. Das sehen wir schön auf diesem Foto von dem Bernd Greiner. Das davor war übrigens von dem Andreas Mahnke. Ich möchte hier niemanden unterschlagen. Also dieses aktuelle jetzt hier von dem Bernd Greiner. Und hier sehen wir, dass man sehr schön mit Tiefe arbeiten kann, wenn man einen relativ tiefen Standpunkt verwendet und dann eben eine gute Tiefenstaffelung hat. Dafür ist dieses Foto sehr unaufgeräumt. Man kann generell sagen, oft ist es so, dass die Fotos, wo ihr in Fließrichtung oder gegen die Fließrichtung steht bei Bächen, die bessere ist als quer dazu. Das heißt, man hätte hier in den Bachfluss hineingehen müssen. Und hier hätte man den Ausschnitt ein bisschen enger noch wählen können. Insgesamt, weil durch das Ufer auf der anderen Seite und das viele Gestrüpp, was überall ist, natürlich sehr viel Unruhe ins Bild reinkommt. Das ist zwar eine gute Kombination mit diesem sehr sanft und auch sehr schön anmutenden Wasser und diesem Nebeleffekt. Aber es ist halt einfach ein bisschen viel auf dem Foto drauf. Ich hätte mich in den Bach gestellt, da reichen oft Gummistiefel. Wenn nicht, dann braucht ihr eine Warthose. Oder man kann auch mal schnell seine Schuhe ausziehen, Socken ausziehen, Hose hochkrempeln, dann da reinstellen, Stativ aufstellen und dann gegen die Fließrichtung fotografieren. Deutlich besserer Winkel. Sehen wir auch hier sehr schön. Es passt hier heute aber auch gut zusammen. Hier sehen wir andere Sachen, die nicht ganz so schön sind. Aber wir sehen erstmal, dass es eine gute Tiefe in Wirkung hat durch die Richtung, in der fotografiert wurde. Nämlich gegen den Wasserfall. Es kommt natürlich die Dimension nicht so richtig gut rüber auf diesem Foto. Man kann sehr schwer einschätzen, wie groß ist der Wasserfall. Da würde ich euch empfehlen, im Zweifel mal jemanden hinzustellen. Das ist ein klassisches Beispiel dafür, dass man auch mal jemanden mit einer roten Jacke fotografieren kann, der dann da im Bild steht, um einfach eine Größenrelation zu schaffen. Gleichzeitig ist das Wasser entweder sehr schmutzig gewesen, weil es frisches Schmelzwasser ist oder eben auch es geregnet hat und der Gebirgsbach hier den Hang runter fließt und sehr viel Schlamm mit sich führt. Oder aber es ist ein Filter, der einen ziemlichen braunen Stich macht. Was ich nicht so richtig für wahrscheinlich halte, weil der Grünton ganz okay aussieht. Aber das hätte ich trotzdem auskorrigiert. Zumindest mal unten nach oben hin sieht es ja relativ weiß aus, weil da mehr Licht drauf fällt. Da habe ich mir einen Verlauffilter reingezogen und unten in der unteren Bildhälfte den Weißabgleich angepasst. Dieses Foto hier ist von dem Christian Wenck. Und es passiert mir in dieser Folge nicht nochmal. Das davor war von der Katharina Ellenson. Dieses hier ist von Christian Wenck. Venedig, klassische Ansicht, sehr schöne Stelle, gut fotografiert, schön hier vorne mit dieser Abgrenzung zur Lagune hin, geil gemacht. Sehr schön clean unten, wirklich tolles Venedig-Foto. Klassischerweise wird da oft fotografiert mit dem Gondeln im Vordergrund. Die hast du hier nicht im Bild und dadurch wirkt es noch aufgeräumter. Und trotzdem, jeder der schon in Venedig weiß, dass es dort aufgenommen ist. Gute Bildgestaltung. Das Ganze nicht genau in der Mitte, sondern den Horizont auch bewusst ein Stück nach unten genommen gleichzeitig. Aber ein schönes, quasi, ich tippe mal so ein 16 zu 9. Wirklich gut gemachtes Foto, guter Zeitpunkt für Venedig, weil normalerweise natürlich viel auf dem Kanal Grande los ist. Und gleichzeitig auch oder in der Lagune zur Einfahrt zum Kanal Grande. Und gleichzeitig auch viele Menschen unterwegs sind. Und das hast du alles sehr schön ausgeblendet durch die frühe Aufnahme und vor allem durch eben den guten Standpunkt. Das Foto hier ist von Claudia Lange. Wir sehen auch hier, dass das Meer relativ glatt gebügelt ist. Lange Belichtungszeit gut zu erkennen an den Geistern auf der Brücke, auf der Seebrücke links. Da haben sich Menschen bewegt, deswegen sind da so Geisterbilder entstanden. Das Bild wirkt sehr aquarellig. Das ist bestimmt gewollt. Ihr wisst es, ich bin ein Freund von Knackigkeit. Also das von dem Christian Wenck, eben das davor, gefällt mir besser, weil es nicht so überbelichtet und so überstrahlt ist. Aber wenn man das mag, ist das von den pastelligen Tönen hier von der Claudia durchaus okay. Aufteilung ist sehr schön. Was hier so ein bisschen fehlt, ist irgendwie das Leben hier im Foto, finde ich. Also auch hier, da würde ich mir vorne einen Fels im Wasser wünschen oder ein Boot, was da ankert oder was auch immer. Also irgendetwas, was ein bisschen Leben ins Bild bringt. Die Personen sind da auf dem Steg doch sehr klein. Die bringen ihr Unruhe ins Foto. Und wenn es so ganz clean, pastellig sein sollte, würde ich sogar sagen, die Person hätte immer besser weggestempelt. Dann wäre es ganz aufgeräumt. So ist es eben so. Nicht richtig Fleisch, nicht Fleisch. Gefällt mir nicht ganz so. Prima. Der Dietmar Hamer hat ein Bild geschickt. Hier von einer Straße mit Verkehr drauf. Schön gemacht, muss man ganz offen sagen. Das ist cool mit diesen unterbrochenen Spuren. Normalerweise viele, die meine Tutorials kennen und auch schon bei uns auf Workshops waren, die wissen, dass ich finde es immer geil, wenn die Spuren durchgehen. Hier finde ich die weißen, unterbrochenen, aber wirklich sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich finde es auch gut, dass die roten Spuren da hinten ziemlich ansatzlos ineinander übergehen, sodass es auf den ersten Blick gar nicht auffällt, dass das zwei Autos gewesen sind. Gut gemacht. Ich wundere mich ein bisschen über die Schärfentiefe. Da gucke ich mal hier rüber. Okay, das ist eine Blende 2,8 gemacht und ist wahrscheinlich relativ weit nach vorne fokussiert, denn Richtung Horizont wird es ja so ein bisschen unschärfer. Etwas, was man bei Landschaftsfotos häufig nicht macht, weil man eben sagt, von vorn bis hinten alles scharf. Finde ich hier aber ganz angebracht und gar nicht schlecht. Farben vom Himmel sind schön. Es ist genügend Licht noch auf den Maisfeldern hier. Ganz gut gemachtes Foto mit einem tollen Verlauf der Straße. Das Foto von dem Dirk Deutsch, das ist irgendwo an der Ostsee gemacht, ganz offensichtlich, anders hier aus dem Bildtitel. Das ist das, was ich meine. Hier gibt es eine sehr schöne Tiefe, weil wir eben über den großen Fels, der hier richtig wie der Fels in der Brandung aussieht und dem kleinen, der daneben liegt und damit korrespondiert, über die nach hinten liegende Uferböschung, die Felsige bis Richtung Horizont gucken kann. Sehr klasse gemachtes Bild. Tolle Wolkenbildung da hinten Richtung Horizont. Richtig cool. Auch schön, dass es zwischen Meer, also direkt am Horizont und den Wolken noch so einen kleinen, hellen Saum gibt, ob der hinterher eingefügt ist oder war. Völlig egal. Gut gemacht. Richtig klasse Landschaftsfoto. Und das, obwohl der Horizont ziemlich in der Mitte ist. Auch hier hättest du vielleicht noch ein bisschen tiefer gehen können. Ähm, oder aber sogar einen Ticken nach oben und dann, ähm, nicht ganz so viel hellen Bereich oberhalb der Wolkendecke aufnehmen. Aber, äh, ja mal auf sehr hohem Niveau, tolles Foto. Oh, äh, auch sehr schön, ähm, das ist hier von dem, äh, Dirk Deutsch, hier sind wieder zwei von Dirk reingeraten, deswegen machen wir diese schneller, das ist in Warnemünde fotografiert. Ähm, sehr schöner Effekt in den Wolken, das hängt damit zusammen, dass die Wolken auf dich zuziehen, das ist die richtige Richtung dafür. Sonnenaufgang sehr wahrscheinlich, ähm, schön unten mit dem grünen und, äh, auch sehr schön mit dem Orangetönen. Insgesamt aber meiner Meinung nach, äh, ein bisschen zu warmer Weißabgleich hätte ich Richtung Kühl gedreht. Das Foto ist von Elisabeth, äh, Bügemanns Kemper. Das ist ein Bach auch irgendwo im Wald. Ähm, was mir hier so als erstes auffällt ist, dass das Wasser sehr, sehr schwarz aussieht. So ein bisschen mehr, als würde der Altöl den Berg runterfließen. Das war bestimmt nicht so, das heißt, es fehlt Licht auf dem Wasser. Und dass sowohl Licht da war, ich habe die Befürchtung, dass das hier eine relative Unterbelichtung ist und das nachträglich hochgezogen wurde. Auch die Blätter wirken so ein bisschen grau. Oder aber ein Filter hat ganz ätzende Eigenschaften, dann solltest du, ähm, dir das nochmal genauer angucken und gucken, ob du nicht einen besseren Filterhersteller findest. Aber ich vermute, dass das nachträglich einfach stark aufgehellt ist. Bildaufteilung ganz okay, das Wasser fließt nach links unten in der Ecke zum Bild raus, also quasi bergab. Das ist die natürliche Richtung, die wir auch erwarten würden. Also das fließt runter. Bildaufteilung ist auch ganz okay und bei so einem Waldbach ist es immer so, ist natürlich jede Menge da los und jede Menge gestrüppt und gekrisselt und so weiter. Aber, ähm, ja, hier ist es eben gerade im Vordergrund sehr, sehr dunkel und das finde ich schade. Elisabeth Thomas hat ein Bild geschickt und das ist ein Hammer von einer Langzeitbelichtung, weil ich frage mich gerade, ist das eine Doppelbelichtung oder ist, wie ist das entstanden? Elisabeth, vielleicht kannst du dafür Aufklärung sorgen und nochmal sagen, wie das gemacht ist. Das ist einfach richtig geil, weil es ist ein Bild mit Intensität, mit vielen Ebenen, mit vielen Strukturen, mit Geschichte, wo man sich fragt, wie ist das Bild überhaupt entstanden? Ich mache hier mal auf und komme mal ganz kurz nach. Das hast du, äh, fotografiert, ähm, das habe ich hier mal einsortiert, äh, von meinem Assistenten, weil er sagt, das ist eine Langzeitbelichtung. Er ist aber fotografiert mit einer 160. nach Exif-Daten. Bei einer Doppelbelichtung wird nur eine Zeit angegeben, deswegen habe ich die Vermutung, dass ein Bild mit einer 160. gemacht ist und ein anderes mit einer deutlich längeren Belichtungszeit. Kläre uns doch sehr, sehr gern auf. Wer was zum Thema Doppelbelichtung wissen möchte, ähm, vor einigen Wochen habe ich dazu ein Tutorial bei YouTube veröffentlicht. Schaut doch da auch sehr gern mal rein. Das nächste Foto für heute ist von Enrico Glohl. Und das ist, äh, ja, ihr seht es ja, viele Motive sind sehr, sehr ähnlich, weil eben die klassischen Langzeitbelichtungen bei Tag, äh, ja, oftmals da gemacht werden, wo Wasser ist. Hier haben wir wieder irgendwie mehr, ähm, mit so einem aufgestapelten Steinwall. Das ist viel an der Ostseeküste der Fall, um einfach den Strand und die, ähm, die Böschung zu schützen, damit die Wellen vorher gebrochen werden. Das ist hier cool, ähm, gute Belichtungszeit, jede Menge Sensordreck auf deinem Sensor. Da gilt es ein bisschen nachzuarbeiten und, äh, entweder mal eine Sensorreinigung durchführen zu lassen oder eben aber, äh, die Blende nicht ganz so stark zu schließen, wenn du einen starken Graufelder hast. Ähm, aber sehr schöne Färbung hier mit diesen Blautönen, das gefällt mir wirklich gut und auch eine gute Zeit, wo man so ein bisschen Struktur des Meeres zu erkennen ist, aber überwiegend eben glatt gebügelt. Günther Carstens hat hier aus dem Braunschweiger Hafen ein Bild geschickt. Auch hier, Wasser schön glatt, ähm, sehr schöne Schwarz-Weiß-Umwandlung. Geil, dass der Himmel so im Nebel hell nach hinten hin verschwindet, ob so gewesen oder nachträglich gemacht, äh, wen interessiert das schon? Das ist einfach ein gut gemachtes Schwarz-Weiß-Foto, eine gut gemachte Langzeitbelichtung, ähm, weil so auch, äh, rechts aus dem Bild hinaus nach hinten hin, dass alles so im Nebel verschwindet. Ähm, sehr gut gemachtes, äh, Langzeit-Foto, ähm, da könnt ihr sehen, das geht auch mal ohne ziehende Wolken, was ja so die klassischen Architektur-Fotografen, die Langzeitbelichtung benutzen für Architektur-Fotos, äh, wählen. Ähm, das ist hier schon wirklich cool. Hier haben wir ein Bild von Günther Carstens. Ähm, jetzt muss ich mich entschuldigen, jetzt ist der Zweite, der hier mit zwei Bildern reingeraten ist und ich frage mich gerade, wie das passieren kann, äh, wie das passiert sein kann, da muss mal eine Ansage gemacht werden. Ähm, auch hier, sehr schöne Schwarz-Weiß-Umwandlung, fast ein bisschen düster insgesamt, ähm, ich sehe hier ziemliche Artefakte auf meinem Bildschirm und das, obwohl das Bild sehr groß ist und hochauflösend du es geschickt hast. Ähm, das, äh, deutet darauf hin, dass du da schon einiges dran nachbearbeitet hast, ähm, das Wasser unten sieht mir auch so ein bisschen nach Olympus aus, ob, das gucken wir mal schnell hier nach. Ähm, es scheint aber nicht mit Olympus gemacht zu sein, nee, sondern mit einem Erkennen, ähm, es gibt so abgehackte Strukturen und im Wasser, wo die herkommen, kann ich nicht genau sagen, ähm, aber schöne Schwarz-Werte im Foto. Was jetzt kommt, ist knallharte Werbung. Ihr habt das nicht mehr am Anfang des Videos gewollt und nicht mehr am Ende des Videos, also gibt es das jetzt immer zwischendurch. Eine ganz kurze Werbeeinblendung. Warum ist das so? Das hängt damit zusammen, dass wir diese Gratis-Videos euch gerne anbieten, wir vermitteln euch gerne unser Wissen, gleichzeitig müssen wir irgendwo von leben und das ist das hier oben, hier für Fotoschule. Was machen wir? Wir machen Fotokurse und Fotoworkshops in 25 deutschen Städten mit einem Team von 25 Fototrainern. Wir leben von Fotokursen und Fotoworkshops und davon, dass ihr sie besucht. Schaut doch mal vorbei, hier unten eingeblendet unsere Webseite, da ist bestimmt auch ein Kurs oder ein Workshop für euch dabei. Zusätzlich machen wir Fotoreisen und zwar diverse Male im Jahr nach Mallorca, nach Shanghai, nach Rom, in die Toskana, nach Island, nach Venedig, nach Portugal, wenn ihr es wieder wollt, nach Namibia, nach Lanzarote. Da kommt auch nur das eine oder andere dazu. Wir fahren auf Deutschlandreisen nach Berlin und in den Schwarzwald. Schaut auf unserer Webseite vorbei. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ich genau dich bei einem dieser Fotokurse und bei einer dieser Fotoreisen sehen würde. Es gibt doch nichts Geileres, als mit Gleichgesinnten Spaß haben und auch noch die Fotografie betreiben und erlernen. Mehr geht wirklich nicht. Jetzt weiter viel Spaß mit dem kostenlosen Video hier bei YouTube. Das Foto ist von Jan Latzko. Der Jan, der ist 16 Jahre alt. Cooles Foto, Jan. Das Wasser fließt hier so wie Fäden darunter. Das ist ein sehr, sehr gut geeignetes Motiv für eine Langzeitbelichtung. Also du hast an einer sehr guten Stelle gestanden. Das ist so wie Bindfäden runterfließt und du quasi frontal darauf fotografiert hast. Das finde ich auch gut, weil dadurch natürlich diese Lücken zwischen den einzelnen Wasserstrahlen entstehen. Auch das Backlight von hinten aus dem Hintergrund finde ich toll. Du hast auch einen guten Verlauf von links unten nach rechts oben in die Ecke. Das ist alles soweit gut. Aber insgesamt finde ich oben den grünen Bereich doch einen Tick zu groß. Da hätte ich die Kamera anders ausgerichtet. Vielleicht noch ein bisschen tiefer gegangen, dass nicht ganz so viel Gegenlicht und grüner Wald von hinten mit ins Bild reinkommt. Jens Rüscher hat hier ein Langzeitbild geschickt von einem offensichtlich Gebirgsbach, wo eine Holzbrücke drüber geht. Ja, das ist ein Motiv, was sich bestimmt anbietet, aber so von oben runter fotografiert, offengestanden, nein. Und hier fehlt es dem Motiv einfach an Motiv. Also genau in der Mitte sehe ich das erste Mal, dass der Bach da entspringt und dann fließt er nach rechts unten raus. Das ist auch eine gute Flussrichtung für unsere Blickrichtung im Bild. Aber ich weiß gar nicht, ist das Motiv der Strauch links im Bild, die Brücke oben im Bild, das Ufer rechts im Bild oder der kleinste Teil des Fotos, der so aufgenommen wurde, nämlich der Bach. Da hättest du viel dichter rangehen können. Oder eben auch hier gilt es, tiefer in den Bach rein. Scheut euch nicht mit Stativen. Das ist hier sehr, sehr wahrscheinlich Süßwasser, weil ich habe noch nie davon gehört, dass Schmelzwasser in den Bergen Salzwasser ist. Und von daher das Stativ da reinstellen und ein Foto aus einer ordentlichen Richtung machen, das wird dann viel, viel besser. Guck mal hier, Kamera liegt quasi auf dem Boden. Sehr tiefe Kameraperspektive von dem Kevin Ludwig hier. Das ist auf Kreta fotografiert, wie ich den Bildtitel lesen kann. Tolle Stelle. Ein Hammerfoto, ein Foto, was an die Wand gehört. Ja, also es ist ein klassisches Bild, was man sich aufhängen sollte. Ich glaube, das hätte man theoretisch auch noch in Schwarz-Weiß aufnehmen können oder ausarbeiten können. Aber auch so, guckt euch mal den dunklen Bereich hinten zum Horizont hin an, wie der Fels davor steht, wie das Ganze geschnitten ist. Ja, geiles Foto, was soll ich dazu sagen, Kevin? Großartig gemacht. Ich hoffe, es hängt bei dir an der Wand. Gib doch mal laut, was du mit dem Bild gemacht hast. Ich hoffe, es versauert nicht im Lightroom-Katalog. Das Foto hier ist von dem Nico Böwer. Der ist fotografiert in den USA und zwar am Lake Crescent. Ja, das ist auch gut gemacht. Das hat einen schönen Vordergrund. Dieser Baumstamm trägt viel zum Foto bei und zur Tiefenwirkung. Es ist relativ weitwinklig fotografiert. Deswegen sieht es auch so ewig groß aus hier nach vorne hin. Es hat auch eine sehr schöne Lichtstimmung. Es gibt eine schöne Spiegelung auf dem Wasser. Da hätte man vielleicht sogar darüber nachdenken können, ob man nicht nur ein Pull-Filter drauf macht, um ein bisschen mehr von dem Untergrund noch zu sehen, von den Steinen. Weil die sind durchaus auch interessant. Die machen eine interessante Struktur. Und ein bisschen Pull-Filter-Wirkung rein drehen, dass die noch ein bisschen mehr rauskommen. Könnte ich mir vorstellen, hätte dem Bild noch sogar ganz gut getan. Ansonsten aber guter Bildwinkel, gute Stelle für den Baum, für den Stamm. Alles soweit gut. Hier haben wir ein Bild von Manfred Schwarz. Ja, auch eine sehr schöne Stelle. Ihr habt schon gute Stellen diesmal dabei, wo ihr versucht habt, das Thema Langzeitbelichtung umzusetzen. Irgendwie hier ist es wahrscheinlich am See super mit dem Steg, der hier schön ins Bild reinführt. Der hätte vielleicht ein bisschen mehr noch drauf sein können. Die ersten Balken hier vorne links in der Ecke, die, es liegt am Schatten, schon klar. Das, was wir unten sehen, ist der Schatten. Aber da hätte der Schatten noch ein bisschen mehr drauf sein können, dass das Meer so aussieht, als würden die auch ein bisschen frei stehen. Dass hinten hin diese Balken einzeln im Wasser stehen, ohne dass da noch Bretter hinliegen. Cool, coole Sache. Tolles Wolkenbild, besonders oben links mit dem dunklen Rand, der da noch reinzieht. Sehr schön, cleene Aufnahme, die von den Strukturen der Holstweg-Anlage hier unten leben. Manfred Schwarz hat hier so einen Klassiker fotografiert, nämlich Steine aufeinander gestapelt. Da verlinke ich euch mal hier unter dem Video, ich hoffe, ich denke daran, von einem unserer Kunden eine Facebook-Seite, wo ihr echte Kunstwerke zum Thema Steine stapeln finden könnt. Von dem Dietmar Vorwold. Ganz, ganz tolle Sachen macht der mit Stein. Und ja, das ist hier auch schon ganz gut gemacht, aber es sind nicht besonders so viele übereinander gestapelt. Wenn ihr das gesehen habt, was der Dietmar macht, dann werdet ihr niederknien. So, stehen an einer guten Stelle. Hinten die schwarzen Balken, ist so ähnlich wie auf dem Foto eben, nur dass die diffus sind. Sehen hier natürlich so ein bisschen aus wie schwarze Schornsteine, weil sie so unscharf sind. Aber trotzdem tragen sie zum Bild was bei. Sie tragen nur nicht wirklich zur Ruhe bei. Also wenn das so ein beruhigendes Foto sein sollte, wie ihr es klassischerweise bei Ikea kaufen könnt, um uns euch ins Wohnzimmer zu hängen, dann ist das hier nicht gelungen. Weil die schwarzen Dinger hinten schon für relativ viel Unruhe sorgen. Aber die Sonne steht an einer guten Stelle. Es ist gut belichtet. Es hat schön geringe Schärfentiefe. So wird alles technisch sehr gut gemacht. Hier haben wir ein Foto von Manfred Stockhusen. Das ist die Ratsmühle in Nüneburg. Das hätte ich da sehr ohne Bildtitel erkannt, weil ich wohne ja nicht weiter von weg. Das sieht mir auch nach Olympus aus. So ein bisschen, weil ich diesen Look da unten schon wieder erkennen kann. Genau. Und es ist mit Live Composite gemacht. Da müsst ihr ein bisschen üben. Die Live Composite-Zeit muss ein bisschen zum Thema Motiv passen. Da muss man mal eine längere Framerate oder eine kürzere einstellen. Das ist ein bisschen Übungssache. Aber dann kann man das noch ein bisschen besser machen, dass die Unterbrechungen unten nicht ganz in das Auge fallen. Ansonsten ist es sehr eng geschnitten. Besonders oben rechts der Turm, der da direkt am Rand anstößt. Das ist ein bisschen schade. Das ist aber sehr schön clean auch, weil nicht viele Personen drauf sind. Nämlich in Wahrheit keine. Und das ist da nicht so ganz gewöhnlich. Das Haus ist sehr in der Mitte und es wirkt dadurch sehr dominant, sage ich mal. Es ist eine gute Stelle, aber ich glaube, das könnte man zur blauen Stunde noch viel, viel besser fotografieren. Das nächste Foto, das ist von dem Matthias Dehn. Und ja, hier haben wir etwas, was ein Landschaftsfoto mit ganz geringer Schärfentiefe. Der Fokus sitzt hier ganz weit vorne, direkt unten am Bildrand. Das ist schon eine Spielerei, die man mal ganz gut machen kann. Das ist eine sehr schöne Perspektive, sehr niedrig, sehr gut gemacht. Hier wäre es tatsächlich schön, wir hätten noch ein bisschen was im Himmel an Strukturen, also Wolken oder irgendetwas. Aber auch so sehr schön gemacht. Auch rechts der Stein, der unten rechts in der Ecke nochmal den Blick ein bisschen sowohl auf sich zieht, als auch blockt. Weil er da unten den Ausgang ein bisschen verschließt, also quasi wie so ein Propfen in der Badewanne. Da, wo der Fluss rausließen will, liegt dieser Stein und blockt das Ganze. Das ist cool. Und der tote Baumstamm hier, das Stück davon, das hilft dem Bild auch total. Sehr schöne Location. Dieses Foto hier ist von dem Matthias Rach. Und das wirkt natürlich sehr, sehr beruhigend durch den Baum und die damit verbundene Ausspiegelung im Wasser und den Sonnenaufgang im Hintergrund. Ich finde, das ist ein klassisches Motiv für horizontal spiegeln. Guckt mal auf meinem Kanal nach dem Video dazu. Sucht ihr einfach hier auf dem Kanal mal nach spiegeln, dann findet ihr das. Da habe ich Tipps dazu gegeben, wann man Motive spiegeln kann und sollte. Das hier ist klassisch der Fall. Da hätte ich unbedingt horizontal das Bild gespiegelt. Ansonsten schöne, neblige Morgenstimmung. Auch ein gut gemachtes Bild, was wahrscheinlich noch besser gekommen wäre, wenn du noch viel länger belichtet hättest mit einem Filter noch davor oder sogar einem zweiten, um einfach oben noch mehr Wolkenstrukturen ins Bild zu zaubern. So wie hier zum Beispiel. Das ist von Nico Böver. Da haben wir noch ein zweites von Nico. Jetzt gleich weiß ich auch nicht, was hier los ist. Nein, ich weiß natürlich, was hier los ist. Die Bilder sind leider hier unterschiedlich benannt. Mal stehen eure Namen vorne, mal hinten. Und dann kann das mal passieren. So, das ist auch sehr schön gemacht. Hier sind die Seewolkenstrukturen richtig cool. Die beiden Strandkörbe sind toll angeordnet und stehen an einer guten Stelle. Wenig Fußspuren unten im Sand, was auch gut ist. Es wirkt also sehr, sagen wir mal, kalenderbildmäßig gut gemachte Langzeitbelichtung. Dieses Foto hier ist von Reinhard Bügemanns Kemper. Das ist auch ein Bach. Das ist auch mit der Olympus gemacht. Das sieht man gleich an diesen hellen, leichten Reflexen auf dem Wasser. Da kann es manchmal helfen, wenn ihr die beseitigen wollt, wenn ihr im Live Composite gearbeitet habt. Und ihr habt so helle Lichtreflexe bekommen, weil da eben das Wasser Struktur hat und sich das Licht bei unterschiedlichen Frames an unterschiedlichen Stellen gebrochen hat. Dann könnt ihr da einfach mal mit dem Klarheitsregler rübergehen und die Klarheit auf Negativ setzen, um das ein bisschen wegzubügeln. Dann sieht man das gar nicht mehr so. So, hier sehr schöne Perspektive, gute Stelle zum Fotografieren. Fels unten ist mir ein bisschen zu dominant, hätte ich ein bisschen weniger drauf aufgenommen. Das gilt im Übrigen auch für den, der rechts ins Bild reinragt. Beide sehr große Brocken, die sehr viel Platz im Bild einnehmen. Und dann wird der Schluss nach hinten relativ klein. Das rote Ahornblatt, das vertrocknet, das ist übrigens super. Liegt an einer sehr guten Stelle. Da hätte ich es weggenommen und ins Licht gelegt. Seht ihr da auf dem grünen Fels, auf dem grünen bemoosten Fels, scheint ja auch noch die Sonne drauf. Und da hätte ich das hingelegt, um noch mehr Farbe und vor allem Gegenlicht in das Ahornblatt zu bringen. René Rüpping hat hier eins geschickt. Auch aus den Bergen. Gebirgsbach, du stehst an einer sehr guten Stelle. Du stehst nur mit dem Stativ viel zu hoch. Das ist von oben runter fotografiert. Ihr habt es jetzt eben schon mehrfach gesehen. Besser ist es, ihr seid tiefer auf Wasserhöhe. Und dann hättest du viel weniger draufnehmen können. Ich sehe auch, dass da irgendwelche Strom oder was weiß ich was für Leitungen über dem Bach hinweg quer durchs Bild gehen. Kann natürlich in den Bergen auch Seilbahn, Schlepplift, alles mögliche sein. Und in dem Bachbett liegt unglaublich viel Müll. Und wenn du tiefer gehst, fällt das nach hinten nicht ganz so auf, weil du dich auf den vorderen Teil konzentrieren könntest mit deinem Bildaufbau. Nämlich da, wo hier das Wasser so dynamisch über diesen Fels im Bach fließt. Das hier ist von Ruven Schmidt. Das ist auch irgendeine Klamm in den Bergen. Sehr schön dunkel zu den Seiten hin. Und das Wasser sehr viel Dynamik. Eine ganz tolle Bedichtungszeit von zweieinhalb Sekunden. Da ist eben noch Struktur da und gleichzeitig ist es an anderen Stellen sehr weich. Also es ist eine sehr gute Mischung an Belichtungszeit. Hier fehlt es auch ein bisschen an Tiefe. Das ist natürlich in so einer Klamm oft nicht möglich, dass ihr euch ins Bachbett stellt, weil oftmals die Wege oberhalb verlaufen. Das wäre also hier nicht gegangen. Aber dann hättest du vielleicht noch ein bisschen enger schneiden können, meiner Meinung nach. Sodass wir uns mehr auf wirklich die Langzeitbelichtung konzentrieren würden und nicht so sehr auf das Thema gesamte Klamm. Und ja, man hätte unten in die Felsen, besonders auf der rechten Seite, die zum Wasser hin sind. Also so, ich sag mal, 30 Prozent bis 50 Prozent des Felsens rechts hätte ich ein bisschen aufgehellt, sodass der dunkle Bereich nicht ganz so dominant im Bild ist. Simon Philipp hat hier ein Bild geschickt, auch von einem Fluss. Das ist wirklich auch sehr schön gemacht. Hier ist zum Beispiel auch richtig cool, dass wir aufgrund der langen Belichtungszeit hier mit auf den Grund des Baches hier, wo er quasi rein fließt über diese kleine Stromschnelle, gucken können. Der Verlauf mit diesem Baumstamm ist hier richtig cool. Ist überhaupt kein störendes Element hier, sondern er teilt das Bild so ein bisschen zwar. Aber er läuft sehr geil in die Ecke rein, das ist super gemacht. Hier finde ich auch nicht zu viel Umgebung, weil wir haben noch sehr viel Bach. Seht ihr, es steht sehr schön tief, der Simon, und hat im Prinzip mit diesem Becken, wo das hier vorne rein fließt, auch dafür gesorgt, dass erstmal ein Drittel des Bildes sowieso schon mal Wasser ist. Und dann fällt hinten, da wo es besonders hell ist, das Wasser richtig schön runter. Das einzige, Simon, was ich an deiner Stelle auch gemacht hätte, ich hätte die Sättigung aus dem Grün ein bisschen rausgenommen, das beißt so richtig schön in die Augen. Das Foto hier ist von Simon Ebner, und das ist hier auch ein Sonnenuntergang, irgendwo am Fluss. Jetzt muss ich mal gucken, das kann ich nicht genau erkennen, wo das ist, ich kenne die Brücke nicht, und da drüben das Schiff, kann ich auch nicht genau erkennen, wo und was das genau ist. Aber das ist auch ganz okay, ist aber kein dolles Motiv, und dein Bild hat hier ein Problem, das wirkt unglaublich flau. Und das hängt damit zusammen, dass du kein Schwarz im Bild hast. Und es hängt damit zusammen, dass du eine Canon benutzt. Weil ich ahne hier, dass ich das Canon-typische Bending überall erkennen kann. Es gibt überall so Streifen im Bild, und die resultieren zum Teil aus der Spiegelung, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber zum Teil glaube ich auch, dass Bending vorhanden ist, aufgrund des Aufhellens der dunklen Bereiche. Und beim Aufhellen der dunklen Bereiche ist hier der Schwarzwert verloren gegangen. Schwarz ist keine Farbe, sondern ein Helligkeitswert. Und Schwarz ist der wichtigste Helligkeitswert im Bild, denn ohne Schwarz wird jedes Bild flau und so weiter und so weiter. Ihr habt es oft genug gehört, hier fehlt es an Schwarz. Thomas Hofer hat hier ein Bild geschickt, dem fehlt es nicht an Schwarz, dafür hat es aber reichlich Grün. Das muss man mögen, das ist ein sehr, wie soll ich das jetzt ausdrücken, ein sehr gewagter Farbmodus. Es scheint mir auch im Live-Composite gemacht zu sein, weil dann drüben am anderen Ufer seht ihr auch eine Person, die hat da wahrscheinlich, oder sind vielleicht sogar mehrere Sport gemacht oder sich bewegt oder weiß der Geier was. Liebe Leute, gerade wenn ihr mit Stativ arbeitet, ja, dann macht doch eine zweite Aufnahme und dann stempelt ihr da durch. Ja, also meine Ebenentechnik, nehmt ihr den Bereich aus der zweiten Aufnahme raus. Oder ihr wartet mal einen Moment mit Stativ, dann könnt ihr das Bild immer noch machen. Warum so was in dem Bild drin bleibt, das sieht ja auch nicht gut aus. Das sieht aus wie so die Raub in Nimmersatt, die da über die Wiese kriecht. Das finde ich offengestanden nicht ganz so schön. Das Motiv ist nämlich sonst ein richtig geiles, wo auch immer das sein mag. Aber auch hier gilt, das Ufer hier vorne, der grüne Bereich, wo der Rasen ist, sorgt natürlich für ein bisschen Tiefe. Aber es ist eine völlig unspektakuläre Stelle. Also dann sucht, ich kann euch nicht mal auffordern, Steine durch die Gegend zu schleppen. Das geht natürlich an vielen Stellen nicht. Wenn da keine sind, dann könnt ihr auch keine hintragen. Aber ja, da hättest du entweder noch viel tiefer mit der Kameraperspektive gehen können, sodass die Spiegelung auch noch mehr über diesen kleinen Bach hinweg ragt. Und es gibt auch einiges an Flecken im Bild aus hell und dunkel, von denen ich auch unsicher bin, ob das vielleicht ein variabler Graufilter war, der nicht korrekt eingestellt war. Wie auch immer, Thomas melde dich gern, tolles Motiv, arbeite an dem Motiv, da geht bestimmt noch was. Der Tim Göppert hat hier ein Bild geschickt von den Wasserspielen in Kassel-Wilhelmshöhe. Okay, ich wusste gar nicht, dass die da so aussehen. Also wer üben will, das ist das Schöne an Wasserspielen, der sollte da hingehen, weil dann könnt ihr quasi unbegrenzt üben. Tim oder jemand, falls es jemand weiß, sagt mal, ob man auch an den Bach ganz rankommt. Ich sehe, dass rechts im Foto hinten so Menschenmassen stehen, wo es abgezäunt ist. Dann tippe ich mal, ist der Rest auch nicht betretbar, weil man natürlich bei solchen Stellen oft nicht möchte, dass die Menschen in den Wasserfall reingehen. Aber wenn das möglich sein sollte, dann sollte man das auch da tun. Ja, weil das ist eine tolle Stelle zum Üben, weil da gibt es konstant immer, ist wahrscheinlich einen sehr ähnlichen Look. Man kann dann sein Bild üben. Also erst mal, das Wasser fällt sehr schön tief, ist eine gute Belichtungszeit. Unten diese dynamische Form der einzelnen Gischtkronen, die in diesem Auslauf rechts unten auf dem Drittel rauslaufen, weil da dieser Fels drin liegt. Das ist cool. Die Menschen im Hintergrund sind natürlich alles andere als cool, sind total störend und ätzend. Aber vielleicht kann man das ja auch irgendwie abends besuchen und dann nochmal mit weniger Menschen aufnehmen oder sehr früh morgens aufstehen. Dann hat hier die Vanessa Krauslach das letzte Foto für heute geschickt. Das ist am Weststrand aufgenommen. Ich weiß nicht, wo am Weststrand. Weil Weststrand erinnert mich am ehesten so ein bisschen so an Sylt. Bild sieht aber eher so ein bisschen karibisch aus. Nein, scherz beiseite, so richtig karibisch nicht. Aber so ein bisschen, sagen wir mal, malerischer Look mit schönem hellen Sand und hellen Farben. Auch sehr schön pastellig aufgenommen. Sonne an einer guten Stelle im Bild. Der Reflex, der hier auf diesem Baum fällt, der da im Wasser liegt. Toll, der Verlauf, dass du so nah am Baumstamm dran warst. Sehr gute Idee. Den Baumstamm unter dem Baumstamm. Hättest du die noch nur wegtragen können? Ne, scherz, ich verarsch dich natürlich. Hättest du es wahrscheinlich körperlich gar nicht gekonnt. Und meistens sind die da noch im Sand irgendwie eingespült. Aber sehr schönes Foto, sehr schön pastellig. Schön, dass das Wasser so einigermaßen glatt ist, aber auch noch nicht so hundertprozentig. Coole Langzeitbelichtung. Ja, waren da nicht geile Bilder dabei? Kann man nicht anders sagen. Chapeau, Hut ab. Wirklich viele, viele coole und gute Fotos. Wenn euch das ganze Konzept hier gefällt, dann gerne Daumen nach oben, das Video positiv bewerten. Ihr könnt auch einfach hier oben aus der Browserzeile, hier irgendwo, einfach mal den Link kopieren und bei Facebook, Google Plus oder Twitter oder wo auch immer posten. Dann erfahren auch andere von den Bildbesprechungen auf dem Kanal hier. Es würde mich wirklich freuen, wenn ihr den Kanal gemeinsam mit mir bekannter macht. Jetzt wünsche ich euch ein schönes Restwochenende und immer schön dran denken. Wir sehen uns wieder. Das soll es für heute gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, hier oben, Beste Fotoschule von Welt, den Kanal abonnieren. Dann verpasst ihr keine Bildbesprechungen und auch kein Mittwochstutorial. Beide Playlists auch hier unten eingeblendet. Hier an der Seite findet ihr unsere Fotokurse, Fotoworkshops und Fotoreisen in 25 deutschen Städten. Ich würde mich freuen, wenn wir uns hier oder bei einer der Veranstaltungen sehen würden. Auf bald. Ciao, ciao. Ciao.